Moin Büros. Jetzt haben wir hier mal andere Cracking Bulls von Leslie. Big Whoppers. 45 Gramm für alle drei. Ich bin gespannt. So, ich fack es mal aus und dann viel Spaß bei der Zündung. Fackt ein bisschen wie eine Kugelbombe. Mal sehen, dass es da rauskommt. Fackt ein bisschen wie eine Kugelbombe. Oh, da waren blaue Sterne mit drin. Gute Sache. Dann bis zum nächsten Mal Büros und rein. Tschüss. Dann bis zum nächsten Mal.